Wie hat euch die Armee-Berunschaft, die Präsentation der Foto in Emmen gefallen? Was hat dich besonders fasziniert? Ich muss natürlich sagen, es hat alles gestimmt für mich. Mein Timing hat gestimmt. Ich habe es geschafft, mich in der kürzesten Zeit anzumelden. Das Wetter vor allem, das hat sehr viel ausgemacht. Es macht immer noch viel aus. Die Organisation ist für meine Bedürfnisse perfekt. Das Erlebnis ist überwältigend. Ich war am Mittwoch schon da. Es war schon im Vorlauf, um zu schauen, wie es am Freitag funktionieren könnte. Und es hat meine Erwartungen übertroffen. Sehr gut. Ihr habt das perfekt gemacht.